Wir unterbrechen das aktuelle Programm, denn es gibt Neuigkeiten und die sind so toll, die müssen wir Ihnen sofort zeigen. Ein neues Massagegerät, um sich zu verwöhnen, um sich zu entspannen, um die Muskulatur mal so richtig durchkneten zu lassen, um einfach zu relaxen. Massage ist was Feines, aber die gönnt man sich viel zu selten. Jetzt können Sie sich Ihren Masseur nach Hause holen und das ist wirklich so sensationell. Vivian genießt hier schon die ganze Zeit neben mir und stöhnt und ist wirklich total entspannt. Dann schauen Sie sich das mal an, gerade im Schulter-Nacken-Bereich, da hat man ja oft mal so Verspannungen und dann fängt das dann an. Dann kriegt man auch schnell, wenn da was Verspanntes im Schulter-Nacken-Bereich, Kopfschmerzen, also bei mir ist das zumindest so. Und dann so ein Gerät, das so toll arbeitet, das ist jetzt so eine richtige Shiatsu-Massage-Technik, oder? Ja, und liebe Zuschauer, sie ist der absolute Oberwahnsinn. Na ja, ich genieße jetzt die ganze Zeit, aber ich zeige Ihnen gerne auch mal das Gerät in seiner ganzen Perfektion. Ein Shiatsu-Massage-Gerät, liebe Zuschauer, für den Schulter-Nacken-Bereich prädestiniert und konzipiert, kann aber jetzt am gesamten Körper angewandt werden. Shiatsu hat seinen Ursprung in der traditionell chinesischen Medizin, liebe Zuschauer, und wird gerne bei Kopfschmerzverspannungen oder Kreislaufbeschwerden angewandt. Shi heißt Finger und Atsu heißt Druck, also quasi Fingerdruckmassagen. Das heißt also, wir wirken uns jetzt hier über energetische Körperarbeit auf den gesamten Körper und auf das Wohlbefinden aus. Und schauen Sie sich diese vier Massageköpfe an, die mit dem Rotationsmechanismus jetzt für eine hervorragende Massage sorgen. Zwei Armschlaufen, links und rechts, aus einem hochwertigen Kunstleder, um jetzt die Intensität der Massage zu variieren. Ich zeige Ihnen das gerne nochmal, indem ich das jetzt mal aufsetze. Indem ich jetzt nämlich sage, könnte ich natürlich jetzt auch hier so auflegen für den Oberschenkelbereich, wenn ich wollen würde. Aber wir gehen jetzt mal zurück in den Schulter-Nacken-Bereich, da wo man ja tatsächlich Verspannungen hat und wo es gerne mal zum Kopfschmerz kommt. Da lege ich jetzt einfach mein Massagegerät einmal auf, gerade bei Kopfschmerzen und Migräne. Es ist ein Traum. Jetzt habe ich hier die Armschlaufen, kommen die Ärmchen rein, kann das jetzt so genießen. Und wenn ich sage, das ist mir ein bisschen zu wenig, dann ziehe ich einfach mit den Armen so ein bisschen Gewicht auf. Oh, das Massagegerät und, oh, liebe Zuschauer, es tut so gut. Oh mein Gott, das ist der absolute Oberwahnsinn, wirklich. Oh, es tut so gut. Es löst alle Verspannungen und gerade jetzt auch bei Migräne und Kopfschmerzen, was meinen Sie, was das für ein Traum ist. Wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe, kann ich aber theoretisch das Massagegerät natürlich gerne auch eine Station tiefer anlegen und die Armschlaufen ebenfalls verwenden, um jetzt hier zum Beispiel meinen Rückenbereich mal ordentlich massieren zu lassen. Oh, da tut es richtig gut, liebe Zuschauer. Kann man sich hier so ein bisschen reinlehnen und das fühlt sich so gut an. 15 Minuten Timer und vor allem Infrarotwärme und ein Rotationsmechanismus, dieser vier Massageköpfe, der in beide Seiten geht. Das heißt also, eine Massage dauert 15 Minuten und geht in verschiedene Kreise, um natürlich hier alle Verspannungen zu lockern. Man kann jetzt aber auch eine bestimmte Rotation ganz einfach über das Bedienfeld, das sich jetzt hier an der Seite befindet, einfach einschalten. Bedienung ist so einfach, liebe Zuschauer, das kann jedes dreijährige Kind so einmal ein- und ausschalten. Dann Rotationsbewegung entweder in die Richtung, also zum Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Und hier schalten wir Infrarotiefenwärme dazu. Dann haben wir nicht nur eine Scherz-Fingerdruckmassage, sondern auch noch eine mit einer Tiefenwärme, die jetzt nochmal dafür sorgt, dass die Verspannungen gelöst werden. Und ich rede hier so die ganze Zeit, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal bei Kathi an und wir gönnen ihr mal den Luxus einer Massage. Möchtest du? Gerne, gerne. Ich möchte das ja auch mal testen. Das ist ja, oh, oh, himmlisch das Ganze. Oh, wirklich gut. Und dann natürlich, dass man den Druck dann auch anpassen kann auf seine Bedürfnisse. Oh, oh. Oh, genau da zwischen den Schulterblättern und wo die Muskulatur immer verspannt ist. Oh, ist das toll. Oh, dann kann man natürlich hier auch noch mit den Bewegungen das toll anpassen. Oh, das tut mir so richtig gut. Das ist toll, ne? Kuscheln Sie sich auf Ihr Sofa zu Hause, machen Sie es sich gemütlich. Sie haben gehört, der Timer ist mit dabei, 15 Minuten. Oh, und dann kann man sich so richtig schön entspannen. Ist das genial. Oh Gott. Und so war es jetzt hier für nicht für hunderte von Euro, was einen ein Masseur kosten würde, sondern für 37,91 Euro. Ist das toll. Oh, und du hast gesagt, am ganzen Körper kann man das auch verwenden, ne? Ich kann das jetzt überall verwenden. Oh, an den Oberschenkeln, an den Waden, liebe Zuschauer. Rückenbereich, Nackenbereich, mal für den Bauch zum Beispiel. Auch was meinen Sie, wie toll das ist. Wenn Sie jetzt, und können Sie jetzt überall verwenden, das jetzt mal auf den Boden legen oder auf den Tisch und die Füßchen darauf ablegen. Und jetzt kommt der ganz besondere Klo. Dieses Scherz- und Massagegerät kann jetzt nicht nur über 230 Volt zu Hause aus über einen Stecker ganz einfach betrieben werden, sondern auch mitgenommen werden auf Autofahrten. Wo haben wir denn Verspannungen im Rückenbereich? Ja, klar, wenn man die ganze Zeit vor dem Steuer sitzt. Und wir sitzen ja dann alle auch so ein bisschen gebeugt und gekrümmt. Und da jetzt mal eine Pause einlegen. In den 12 Volt Zigarettenanzünder, liebe Zuschauer. Das Netzteil ist sowohl natürlich für den Euro-Stecker als auch, beziehungsweise für die 230 Volt Steckdose, als auch für den Zigarettenanzünder mit 12 Volt mit im Lieferumfang. Und schon für das kleine Geld bekommen Sie hier den Adapter beziehungsweise das Netzteil für den Zigarettenanzünder auch mit. Und wenn Sie da mal eine längere Fahrt haben und das da mal im Rückenbereich schmerzt, machen Sie einfach ein Päuschen, holen Sie sich leckeren Tee, einen Kaffee oder irgendwas anderes, was Sie trinken möchten, stecken das in den Zigarettenanzünder und lassen sich jetzt mal hier so ordentlich durchkneten. Schauen Sie sich das mal an hier an Katis Waden. Wie schön das reingeht. Das tut gut, oder? Das tut richtig gut. Gerade bei den Waden. Man hat ja so verspannte Waden manchmal. Und dann tut das ja alles so weh. Und schau mal hier, das massiert richtig in den Muskel hinein. Schau mal, wie die Hände eines Masseurs. Sie sehen das hier. Richtig toll, wie das da richtig reinmassiert. Das ist ja ein Knaller. Also sowas Tolles. Oh, ist das toll. Oh, das ist ja genial. Oh, es ist ein Traum, liebe Zuschauer. Die Shiatsu-Massage ist was ganz, ganz Besonderes. Wie gesagt, gerade bei Kopfschmerzen und Verspannungen sehr, sehr gerne angewandt. Fingerdruck, Shiatsu, liebe Zuschauer. Hier jetzt ganz einfach mit der Infrarotiefenwärme um. Eine perfekte, wunderschöne Massage bei Ihnen zu Hause bekommen. Einfach mal die Beine hochlegen und jetzt da auf das Massagegerät legen. Da wird jetzt hier so richtig reingegangen, richtig massiert, liebe Zuschauer. Mit der Wärme, mit den Handschlaufen, mal in den Nackenbereich legen und einfach genießen. Was ist das für ein Traum jetzt jeden Abend zu Hause, solange Sie wollen oder unterwegs. Dank des 12-Voll-Zigaretten-Anzünders, wo das Netzteil mitgeliefert wird. Druckintensität hier mithilfe der Handschlaufen, die aus einem ganz schönen, strapazierfähigen Kunstleder gestaltet wurden. Jetzt mal ganz hervorragend einstellen und einfach genießen. Das ist ja das Tolle. Gerade wir Damen sind ja ein bisschen zart beseiteter. Wir mögen es ja nicht ganz so hart. Außer mal so im Rücken-Nacken-Bereich, da kann es auch mal was härter sein. Jetzt schön die Druckschlaufen anziehen, die Armschlaufen, mal richtig schön Gewicht drauflegen für so eine richtig intensive Massage. Und dann für die Herren zum Beispiel, die jetzt sagen, ich möchte es auch ganz gern mal so ein bisschen im Gesamten was intensiver haben. Ordentlich Druck in die Armschlaufen legen. Da wird das richtig massiert, liebe Zuschauer. Das kann Ihnen gar kein Masseur bieten, dieses Erlebnis, was Sie hier an Massage haben. Wenn Sie jetzt sagen, ich will nur die Durchblutung ein bisschen fördern, zum Beispiel bei Verspannungen. Dann einfach nur so ein bisschen Gewicht in die Armschlaufen legen. Das ist so komfortabel, es ist so bequem und so entspannt, das müssen Sie wirklich ausprobieren. Und diese Infrarotiefenwärme erst, die tut so gut. Oh, einfach himmlisch. Greifen Sie zu 37,91 Euro, brandneu bei uns im Programm mit der Bestellnummer NX 3242 und der 569. Oh, das ist Entspannung pur, die da zu Ihnen nach Hause kommt. Sie wollen es gar nicht mehr hergeben, da schalten Sie den Timer wahrscheinlich mehrere Male hintereinander. direkt wieder an und genießen hier Ihre tolle Massage. Oh, ist das sensationell. Also nicht nur für den Schulternackenbereich, sondern natürlich auch für den gesamten Körper. Ihr Masseur für zu Hause, brandneu hier bei uns im Programm und innerhalb von zwei bis drei Tagen bei Ihnen, wenn Sie jetzt gleich in die Leitung gehen und bestellen. Und das sollten Sie, weil so eine Shiatsu-Massage dann auch noch mit der Infrarotiefenwärme, das ist genau das, was Sie sich jetzt gönnen sollten. Vielen Dank. Vielen Dank.